Da sind sie. So, hallo, willkommen zurück. Letzte Folge wurde ja ein bisschen länger als geplant, aber auch nur weil es so spannend war. Da habe ich die Zeit völlig vergessen. Die Horde ist abgewehrt, hat sich gesplittet. Einmal kamen sie von hier, einmal kamen sie von da plötzlich. Jetzt werden wir das hier erstmal wieder alles reparieren. Hatten wir da nicht zwei sogar? Da kommen sie nämlich durch, ne? Ich drücke immer die falsche Taste. So, so. Das. Da. Okay. Ähm, da kommst du mal raus. Und du? Havarieren wir jetzt hier erstmal die Sachen? Da ist unsere Armee. Die zwei bleiben da. Da ist gar keiner drin. Oh. Du. Da. Okay. Da einen hin und da einen hin. Ey, nicht immer diese falsche Tasse. Das ist zum Verrücktwerden. Okay, haben wir auch. Woran mangelt es jetzt an Strom schon wieder? Und dann wieder ein Arbeiter und Holz. Gut, Holz kriegen wir schon gleich zusammen. Arbeiter machen wir gleich, wenn wir Strom haben, rüsten wir die nächsten Hütten auf. Gehen wir erstmal weiter dahin. Ah, der fette. Oh, nee, nicht die blöde Witsch. Himmel her. Schafschützen sind ja mal ja nicht so schlecht, wa? Gut. Da hinten können wir... Ach, wir wollten ja noch so ein Steinmetz bauen. Da mangelt es erst an Arbeiter. Gut. Dann rüsten wir... ...jetzt mal so viele auf, wie geht. Wie sind das? Vier. Okay. Oh, das ist ein Schilder. Entschuldigung. Charge! Perfect. Ich werde uns schildern. All our enemies! Let's go! Come on! Attack! Great idea, Sir! Nein! Alright! Alter! Die sind echt nervig, die Viecher. So, ähm... Die sind auch aufgerüstet. Ich hör mal zwei von den Wohnschützen her, und die können mehr aufdecken. Ich hoffe, dass die nicht von da wieder kommen nachher. Ich geh mal mit dir da hin. Oder auch nicht. Wie gehen wir da hoch? Das ist einfach zu schwach, die Stelle hier. Let's go! Boah! Da! Da! Hm? Alter, die bekommen wir doch noch. So, können wir jetzt, ähm... They are attacking the colony defenses. Bleib mal ruhig da. Energie und Arbeit da. Da hin. Da hin. Da hin. Oh, dammit. Da hin. Da hin. Oh, dammit. Da hin. Noch ein paar da. Ähm... Reparieren. Holz, Energie, Arbeiter. Da hin. Meine Fresse, wie gekommen denn das? Vorsicht. Guck her. Ge ist sicher. Nach dem Mann, Alter. Sat. Schöne. Neig. Danke. Alle. Ich verstehe. Ich verstehe. Alter, das war ja knapp, aber die haben mich echt immer eben so weggeratzt, ne? Schön! Ja, das war ja. Was ist klar? Okay, wir haben den Rand gefunden anscheinend. Von der Map. Aber weiter gehts hier irgendwie nicht. Für die Menschen. Komm schon. Für die Menschen. Los geht's. All the way. Bring them on. Perfect. Nö, weiter gehts hier nicht. Wir haben uns bis zum Rand der Map. Richtung Osten durchgekämpft. Hm, das ist doch mal was. Oh, die Bitch, die Bitch, die Bitch. Any orders? Commander? Let's get them! George! Alter, sind die ätzend. Diese komischen Viecher da. Nein! Ein fetter! Nein! Ein fetter! Bring them on! Okay. Kommt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Speichert. Boah! 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 Oh, shit! Okay. Okay, jetzt müssen wir langsam zurück. Jetzt müssen wir zurück. Die sind schon ziemlich angehittet. Entstanden. Ähm, ich wollte, ich wollte... Okay, es mangelt wieder an Arbeiter. Immer das alte Problem. Alter! Lauf! Great Ideen, Sir! So, ruht ihr euch erstmal aus. Ähm... Jetzt ist das erstmal so weit. Da auf jeden Fall. Dicht machen. Ach... Dicht machen. Ach... Dicht machen. Ach... Ah... der nach oben anstehen da wo die hessie dort nicht jetzt finden wir noch ein Arbeiter dann bauen wir hier erst mal zu ich weiß mal zu alles scharfschützen zurückziehen und du kommst rein ok die kommt von da scharfschützen 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 ich hoffe es dass wir von da oben kommen und plötzlich die 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 er hat er ging kommen die gefälschen auch wenn sie so auch man jetzt kommt die doch wieder von oben oder was Reinhardt und so weiter Prozent Kumpel der von einer anderen Positionen als gedacht noch mehr treten zu brechen Hier sind sie. Untertitelung des ZDF, 2020 wir schaffen das jawohl we're trying to break through I need to split the skull they are attacking the colony defenses our defenses are being attacked so das haben wir erst mal abgewehrt wieder ist die überlegung wert hochzubauen eventuell können wir denn eventuell schon diese das manchen arbeiter machen wir uns hier ein ein bauk einbauen können es macht immer an arbeitskräfte müssen unbedingt jetzt zu sehen dass wir da was wir machen das nervt einfach nur They are trying to break through. Sniper is ready. They are attacking the colony defenses. was ist das mangel immer wieder an holz 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 da hier rein vermauern sind nicht erlaubt was so das ja doof ok hütte so death lovely death yes give me something to shoot war ja da attention building completed attention building completed attention building completed Okay, das sieht gut aus. Jetzt scheint mir die Sonne hier so mega blöd auf dem Monitor, dass ich so gut wie gar nichts mehr sehe. Und ja, heute bin ich ein bisschen ruhiger wie sonst beim Let's Play, aber auch nur, weil ich die Chance wittere. Ich wittere die Chance, dass wir das endlich mal gebacken kriegen. Holz. Komm schon, 20 Holz noch. Hopp, hopp. Meine Strategie ist diesmal mal Stück für Stück was zu erobern, zu befestigen. Das heißt, wenn sie dann doch mal durchbrechen sollten, dann halt durch mehrere Verteilungslinien durch müssen. Und wenn wir eine verloren haben, dadurch vielleicht dann Glück haben, die zweite eventuell gewinnen. Oh mein Gott. Äh, ja. Lasst uns da mal rein aufräumen. Oh oh. Da ist wieder eine neue Horde. Von da unten. Warum immer da, wo ich nicht richtig ausgebaut bin? Warum jedes Mal? Ey, das ist doch echt... Ah. Okay. Gehen die da runter? Aber ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon wieder fast erreicht. Ähm. Ich würd' sagen, machen wir hier einen Cut. Umso spannender wird's für die nächste Folge. Und dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge wieder. Und dann stellt sich die Frage, werden wir die Horde, die jetzt kommt, abwehren können? Oder werden wir schon wieder verlieren? Das sehen wir dann. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020